willkommen zur nächsten folge unseres lustigen kleinen interview formats heute habe ich trigger dabei moin schön dass du dabei bist immer doch auch für dich die obligatorische schwachsinnsfrage wenn du ein wetter wärst sonne regen schnee was wärst du dann wohl eher ein unberechenbarer gewitzer sturm passend zu meinem charakter das ungünstig für mich bei mir hängt die wäsche draußen und weg und tschüss weg ist der wäscheständer okay ja dann geht es halt ohne wäscheständer weiter dann erzähl doch mal ein schwall über dich du bist trigger wie bist du zu dem namen gekommen zu dem namen bin ich gekommen da ich ein leidenschaftlicher video gamer bin ja als ich da mal mein traum spiel gespielt habe weil ich weil das zum einen auch mit meinen damaligen traum beruf zusammengehängt und zwar war mein traum damals kampfpilot zu werden aber aufgrund von gewissen dingen musste ich leider diesen traum verwerfen aber durch ein video spiel konnte ich diesen traum weiterführen und das spiel hat nämlich es kommt 7 skies unknown ist ein kampfspiel wurde als pilot kampfflugzeug spiel steuerst und da heißt der hauptprotagonist in dem spiel genauso wie mein charakter und da dachte ich mir dieser name passt einfach nur so geil ist schon fast selber drauf kommen können skies unknown habe ich letztens noch mal irgendwann angefangen du bist ein was was sehen wir hier gerade unscreen also trigger ist ein dämonischer höllenwolf nach der einleitung hätte ich jetzt eigentlich irgendwas mit flügeln erwartet ja aber das habe da habe ich auch gedacht könnte das passen aber da dachte ich mir so na weg mit bloß weglassen passt gar nicht höllenwolf reicht fliegen muss er nicht auch noch okay ne magst du uns vielleicht verraten wie alt du bist ich bin 24 und wenn ich fragen darf als was für die oder mit was verdienst du deine brötchen zurzeit leider als gar nichts dadurch dass ich vom jobcenter leider als arbeitsunfähig eingestuft worden bin aufgrund meiner vergangenheit ungünstig würde ich mal sagen ja wie sieht es mit hobbys aus was machst du so außer zocken vielleicht also hobby technisch da bin ich viel fertig ich war früher gern mit dem mountainbike unterwesen unterwegs gewesen als ich noch eins hatte aber auch gerne bogenschießen oder andere sportliche aktivität mache ich gerne wenn ich die möglichkeit dazu habe das klingt als wärst du relativ oft viel in bewegung stimmt das ja wie sieht es so mit den den üblichen verdächtigen aus so keine ahnung wandern schwimmen findet man sich bei sowas auch oder wenn unterwegs dann auf dem rad kann man auch okay gerade wenn es wandern geht sprich oder allgemein waldaktivitäten mache ich sehr gerne früher bin ich im alter von 15 16 gerne in wäldern mit militärischer tarnklamotten rumgehopst wie so ein wiesel es klingt als wäre erst oft und sowas was für dich hast du dir das mal angeguckt ja ja habe ich sogar und bin auch teilweise am zusammenstellen einer ausrüstung bei mein leiblicher vater ein airsoft clan hat und ich mich dazu entschieden habe eventuell diesen clan beizutreten verstehe das macht im kontext tatsächlich sinn einziger nachteil ist dass equipment ist in der regel nicht billig nein das ist es wirklich nicht aber dadurch dass mein vater eine große auswahl hat und auch einen großen bestand hat kann ich eventuell das ganze austrippeln verstehe das wäre ja umso besser aber erst oft ist offen oder beziehungsweise so bewegung ist offensichtlich nicht so dein einziges hobby sondern das ist auch irgendwie ins furry fandom geschafft weißt du genau dazu gekommen ist nicht mehr so ganz also es hat glaube ich damit angefangen dass ich das so vor vier fünf jahren so grobweise mitbekommen habe und mir das auch mal so angeschaut habe aber irgendwann unbewusst so da reingerutscht bin okay also ich habe es ja so ganz im kopf also ich bin jetzt drei jahren ungefähr jetzt dabei okay was hatte ich die letzten drei jahre dabei gehalten irgendwas muss der ja gefallen in der meute und zwar die vielfalt wie man mit purer fantasie seinen eigenen charakter erschaffen kann wie er aussehen kann wie er heißt und so weiter das fand ich interessant dadurch dass ich auch eine sehr blühende fantasie habe ja das macht in der tat sinn und ja es ist eine sehr bunte fantasievolle meute ich glaube das kann man mit wug und recht sagen warst du schon mal auf furry events keine ahnung vom stammtisch bei der jahre oder was großes ja und zwar zum einen war ich jetzt zweimal im beim karlsruher walk dabei gewesen und beim weinheim walk war ich einmal dabei gewesen okay karlsruhe meine ich mich zu erinnern zumindest schon mal auf youtube gesehen zu haben weinheim sagt mir jetzt gar nichts vielleicht für den rest deutschlands wo liegt weinheim das liegt richtung heidelberg glaube ich hinten raus zu so in die richtung auch wenn ich jetzt grob liegen also richtig bin also auf jeden fall irgendwo ziemlich weit im westen ja wie sieht es mit größeren events aus so nordic fur dance ja und zwar habe ich mir vorgenommen ab nächstes jahr also jetzt 2024 habe ich mir vorgenommen auf die f zu gehen definitiv ich wollte eigentlich letztes jahr hingehen also jetzt 23 aber aus finanziellen gründen und zeitmanagement habe ich es nicht schaffen können ja okay es ist ja leider recht teuer und b du musst halt auch die die freizeit dafür haben das richtig ja aber das klingt gut das heißt wenn du dieses jahr auf der elf irgendwo das fluffy tv logo siehst sag mal hallo sonst noch irgendwas auf deiner liste muss nicht unbedingt für es sein also keine ahnung es gibt ja auch für alle möglichen sportarten irgendwelche größeren treffen irgendwas wo du sagst da willst du mal hin auf jeden fall war sie dann auch noch definitiv nicht ab 24 24 mitnehmen werde ist die der koste in frankfurt das ist cosplay oder was ist das genau aber ich hab da auch für ich gesehen auf dem koste und da dachte ich mir auch so brauchen wir nicht einfach dann auch mit dem versuch da mal auftauchen ja das ist auch so meine erfahrung wo cosplay ist sind für ist meistens nicht weit weg nee weil da da das war letztes jahr also also 20 22 war das wenn ich mich jetzt richtig in sinne da habe ich sogar den berühmten tick die berühmte ticktokerin blueberry getroffen sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts aber ticktok ist auch nicht unbedingt meine welt und dann halt auch nächstes jahr also 2024 die animagic in mannheim also mehr cosplay und anime ja dadurch dass ich auch ab und zu mal so in die richtung auch was anschaue ja ist ja normal irgendwas internationales auf deiner liste also irgendwas außerhalb von deutschland muss jetzt nicht unbedingt die usa sein aber keine ahnung jetzt so in schweden würde mir jetzt spontan nichts einfallen okay wie sieht es mit dem first suit aus passt ein ja nein vielleicht ja habe einen da habe ich tatsächlich einen und zwar aktuell im part suit bin aber am überlegen ob ich den part suit ein bisschen weiter ausbauen mit noch einer passenden hose dazu weil voll suit mir ein bisschen zu viel wäre ja nachvollziehbar erstens kostet es ein haufen geld und zweitens ist es auch unglaublich anstrengend irgendwie den ganzen tag in fehl rumzulaufen und vor allem bei der bei der farbkombination der mann der mann was mein charakter hat wäre das auch ein naja todes urteil du wärst auf jeden fall ziemlich schnell durchgegrillt das kann ich dir sagen definitiv bei einer schwarz-braun kombination nein danke nein danke da verzichte ich auf wandelnde sauna so schön im hochsommer auf der irgendwo in der innenstadt auf dem marktplatz schön durchgebraten werden nichts für dich verstehe nein nein na gut dann nicht dann behalten wir dich lieber umgegrillt besser wie kam es dazu dass du gesagt hast du willst für suit haben es kam dazu dass ich spontan mal eine anzeige gesehen habe von einem content creator der gerade für ein paar hundert euro in kopf verkaufen tut oder hat besser gesagt und ja als ich da schon dabei schon auch teilweise dabei gewesen bei der fairy szene und ich habe dann einfach geguckt was machbar war und habe dann letztendlich den den kopf für gerade mal nur 100 euro bekomme da sah aber noch ganz anders da aus bevor er bevor er jetzt so aussah wie jetzt ja aber trotzdem 100 euro dafür kriege ich bei den meisten für sie bildern gerade mal einen satz von und das auch nur mit glück also der trickleiter hat jetzt praktisch gesehen drei verwandlungen durchgemacht insgesamt ja okay dass er jetzt das zu dem aussehen gekommen ist wie er jetzt ist okay das ergebnis dass man hier sieht sieht aber ganz gut aus also von sofern ja das passt wie sieht es bei dir generell mit zur fairy medien aus du hast ja vorhin schon erwähnt dass du auch gerne mal so in anime ecken unterwegs bist gibt es da irgendetwas wo du sagst hey das gefällt mir das würde ich empfehlen da gibt es vieles sei es jetzt von den animes wie jetzt zum beispiel bis das oder bna zum beispiel gibt es da einige die von den animes die ich gerne gucke aber jetzt auch von den neuesten filme wie jetzt zum beispiel der 519 freddy's film wo ich etwas enttäuscht bin meiner meinung nach obwohl der auch sehr gut gemacht ist gab es aber auch andere filme die mich sehr interessiert haben muss sagen mit fnaf bin ich irgendwie nie warm geworden das ist irgendwie einfach nicht meins ja na gut aber ist ja auch weil es sagen ja viele um den den film zu verstehen muss man auch die spiele gespielt haben aber ich bin ich bin der meinung das ist jetzt nicht unbedingt notwendig eine jumpscare funktioniert so oder so oder ja wie sieht es bei dir so generell im fandom aus du bist ja jetzt auch schon eine ganze weile dabei gibt es irgendwas wo du sagst das hätte ich gerne anders ja tatsächlich gibt es da einige sachen wo mich da wirklich tatsächlich stören wo ich mir einfach nur denken könnte das ist kindergarten verhalten zum einen gibt es da einige organisationen von von first suit an zum beispiel das sogenannte pooling das ist eine art shooting wo man nur den suit an hat aber auch ein teil zivile klamotten aber sehr eng und dünn und sehr kurz ne pudeling ist ja eigentlich wenn beim suit auch noch haut zu sehen ist ja und da gibt einige also so wie ich das mitbekommen habe gab es da oder gibt es da einige wo der meinung sind nee das wollen die nicht und dadurch springen halt auch die meisten dann ab und dadurch tut dann auch wiederum die gruppe schrumpfen ja gut aber dafür gibt es ja genug andere ja ich bin auch in einigen drinnen und trotzdem kriege ich da so teilweise was mit wo ich mir innerlich denke was ist das für ein kindergarten verhalten bitte also ich bin halt jemand okay der der tut sich an die regeln halten wenn es da welche gibt aber dennoch der selber der meinung ist okay einige der regeln sind auch ein bisschen schwachsinn da muss man jetzt gibt ja immer auswahl gott sei dank ja also bis jetzt bei den suits wo ich jetzt dabei war bei den drei gab es jetzt nicht die probleme abgesehen vom dem letzten suit walk in karlsruhe der jetzt im juni-juli war der ging nicht gerade lange weil auch schon das wetter sehr geknallt hat an dem tag ja okay das kann ich aber nachvollziehen dass er irgendwann wenn es zu heiß wird für die leute einfach ein stecker ziehen muss das halte ich für nachvollziehbaren gedanken weil kein veranstalter will dass ihm die leute abklappen und das passiert das habe ich tatsächlich auch schon gesehen dass die leute sich überschätzt haben und dann im wahrsten sinne des wortes einfach umgekippt sind das nicht lustig da kann ich auch danach vollziehen dass dann das die eigene gesundheit oder die gesundheit anderer dann an oberster stelle liegt da kann ich das komplett nachvollziehen richtig weil das letzte was auf dem suit walk willst dessen krankenwagen rufen ja also ich sag mal so ich habe das mitbekommen von einem freund der war beim weinheim suit walk dabei gewesen ich war zu dem zeitpunkt leider nicht dabei gewesen die mussten krankenwagen feuerwehr und polizei rufen weil ein paar zu viele furries meinten in fahrstuhl festzustecken ups naja ich dachte auch nur so ob er gut das ist schwierig würde ich sagen ja aber am ende war es aber auch ein bisschen lustig weil dann die polizei fotos gemacht hat von der ganzen gruppe genauso wie die feuerwehr logisch das sehen die ja auch nicht jeden tag nee ich würde mal innerlich sagen ja win-win situation glaubt den veranstaltern wäre es trotzdem lieber gewesen wenn sie die bullen nicht hätten rufen müssen ja definitiv gibt es sonst noch generell irgendwas dass du einfach mal in die welt pusten möchtest oder vielleicht jemand den du grüßen willst ja auf jeden fall die dark l und zwar für die wunderschöne arbeit an dem suit was sie da gemacht hat ach der ist von ihr weil ja sie hat ihn überarbeitet verstehe und sie hat echt sehr sehr gute arbeit geleistet das muss ich echt zugeben ja sieht wie gesagt sehr gut aus insofern falls ihr was zu dark l hören wollt ein paar episoden weiter vorne in der playlist gibt es auch ein interview von dark l genau sonst noch irgendwas was du vielleicht einfach loswerden willst wunschlos glücklich habe ich habe jetzt nichts mehr auf dem herzen hervorragend so soll das sein dann bedanke ich mich bei dir fürs dabei sein bei allen zuschauern fürs zuschauen wenn ihr auch mal dabei sein wollt in der video beschreibung gibt es link da könnt ihr draufklicken da könnt ihr einfach bescheid sagen wenn ich jemand mitmachen wollt ansonsten hören sehen wir uns beim nächsten mal machte gut danke